Was du hier siehst, sind Erinnerungen. In diesem Fall die eines bestimmten Menschen. Dies ist die vielleicht wichtigste Erinnerung in meiner Sammlung. Du solltest sie dir ansehen. In all seinen Jahren bei uns hatte Tom nicht einmal Besuch. Sie sind der Arzt, oder? Nein. Wer sind Sie dann? Ich bin wie du, Tom. Ich bin nicht wie andere. Beweisen Sie es. Ich kann Dinge bewegen, ohne sie anzufassen. Ich kann machen, dass gemeinen Leuten Schlimmes passiert. Und mit Schlangen kann ich auch reden. Sie finden mich. Flüstern mir Sachen zu. Haben Sie es gewusst? Damals? Dass der gefährlichste dunkle Zauberer aller Zeiten vor mir stand? Nein. Untertitelung.